Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunt Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Notruf 1, 1, 2 aus einem besonderen Grund. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache keine Videos mehr darüber, weil dieses Spiel immer nur rumhängt. Ja, ihr seht auch schon, ich bin bei einer kleineren Wache, denn es gibt anscheinend irgendwie jetzt die freiwillige Feuerwehr in diesem Spiel. Ja, denke ich mal, weil ich habe keine Ahnung, ob ich das selber da reingefügt habe, aber eigentlich nicht. Nö, muss auf jeden Fall von den Entwicklern hinzugefügt worden sein. Ich habe natürlich hier wieder Sandbox an. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für HLF1, Wiesenstraße. Okay. Hä? Los, los, habe ich geschrieben. Nein, hier will der Maschinist sein, Mutter. So. So. Fangen wir hier mal raus. Leitstelle Mülheim von HLF1, kommen. Ja, okay, das war gerade ein bisschen laufzummen. Die Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Rauchfälle bestätigt. Wir werden eingewiesen, kommen. Verstanden. Ende. Hä, warum ist denn hier gar kein... ...Auto? Und diese Lenkung ist immer noch so kacke wie vorher. Ernsthaft, jetzt muss ich wieder drehen. Naja, ich komme mir da nicht rüber. Boah. Da brauche ich halt hier rein, oder? So. Okay. Okay. Komm. Leitstelle Mülheim von HLF1, kommen. Vielleitstelle Mülheim, kommen. Nein, nicht wieder reinsetzen. Äh. Erste Lagemeldung. Container in Vollbrand. Angrenzender Supermarkt gefährdet. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So. Lass mir die mal die Tür abmachen. Und wir gucken zu. Leitstelle Mülheim von HLF1, kommen. Vielleitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brandtrieb nicht auf Supermarkt überzugreifen. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Keine Ahnung. Warum das so laut ist. So. Da ist ein Auto. Warum ist da jetzt ein Auto? Hä? So. Oder bis dahin ist hier schon alles abgefackelt. Ah ne, die machen ja. So. Verwinden. Zack. Okay. Jetzt können wir wieder zum, äh, zum Maschinist gehen. Okay, der benutzt nur die Pumpe. Angestruppt. Entferne. Entferne G-Schläufe. Oder. Aufheben. Das war's schon wieder mit meinem Einsatz. Perfekt. Gefühlt nur fünf Minuten gedauert. Hey. Hey. Geh jetzt. Zack. Warten wir mal bis wieder Anweisung kommt, was wir machen so. Schließe Schubfach. Okay. Gieß das einmal bitte. Danke. Ja, ja. Ich hab meine Aufgabe hier erledigt, tatsächlich. Ich geh wieder zum Maschinist. Öffne Gerätfach. Öh. Ah, jetzt. Hallo, sitzen. Ne. Lässt mich nicht sitzen, jetzt. Der hat mich grad nicht reinsetzen lassen. Leitstelle Mühlheim von HLF1. Kommen. Hier, Leitstelle Mühlheim. Kommen. So. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an Filialleiter übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Zack. Dann fahren wir mal wieder weg hier. Ja, das ist dann. Ende. Das lief gut heute, oder was meint ihr? Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall. Ey, das ist geil gemacht jetzt hier, ne? Muss man mal wirklich mal... Das, also freiwillige Feuerwehr ist gerade einfach die beste. Weil die Berufsfeuerwehr, die ist einfach nur behindert. Ja, also das muss ich sagen, mit den ganzen Texten hier und sowas, ist das geil gemacht. Das ist schon wieder eine geile Sache. Ja. Guck mal, ich sehe da schon die freiwillige Feuerwehr. Ne, ich sehe da... Ist das die Berufsfeuerwehr oder die freiwillige Feuerwehr? Baumarkt, oh. Das ist ein Baumarkt. Ich dachte, das wäre die Feuerwehr. Es könnte sein, Chat, dass dieses Video heute auch nur ein paar... Also nicht bis 10 Minuten geht. Aus dem einfachen Grund. Dadurch, dass wir ja Silvester haben und ich eventuell auch keine Zeit habe, so richtig ein Video darüber zu drehen. Also seid nicht verwundert. So, wir sind wieder back on the fire station. Back on the fire station. And now I drive... In the fire station. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie das heißt, hier reinzufahren. Dann steigen wir mal aus hier. Satz. Fließen. Und... Einmal wieder umziehen hier. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch mal gerne ein Liken, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Daumen auf den Park. Haut rein, dann ist euer Sandow. Ciao, ciao.